So, hier sind wir an der Rezeption im Aquamarin im Hogada. Hier kommt man rein, das ist ein 1-2-Fun-Hotel. Und hier, wie gesagt, der Eingangsbereich. Und dann kommt man hin in eine riesengroße Halle. Und hier sind dann jede Menge Sitzgelegenheiten. Und hier haben wir in der Rezeption im Aquamarin insgesamt von 1.300 Euro.